Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Teil nur ein paar Minuten lang ohne Neubaustrecken von NIMBY Rails. Ich möchte euch über ein paar Updates informieren in diesem Spiel und die haben es tatsächlich schon in sich. Es gibt noch keine neuen Funktionen in Richtung Gleisbau an sich. Wir können das ja einfach mal testen, wenn wir hier ein Gleis bauen, dann ist das idealerweise nach wie vor immer noch so wie vorher. Wir bauen unseren Bahnhof und von hier aus bauen wir dann im Prinzip unsere Gleise weiter. Also da hat sich jetzt nicht allzu viel verändert, aber was sich tatsächlich verändert hat und das gucken wir uns mal an. Das sind zwei Kleinigkeiten. Nummer eins, die Mods könnt ihr jetzt über den Button hier oben hinzufügen. Das finde ich extrem cool. Da könnt ihr sagen, welche Mods ihr drin haben wollt. Enable this game, enable all installed mods. Zack. Und dann können wir die auch im Workshop angucken. Das machen wir jetzt mal nicht. Wir können ja auch sagen, subscribe to new mods. Das bringt uns dann in Steam rein. Das möchte ich jetzt auch nicht. Ansonsten Company Überblick, Map Options kennt ihr bereits. Hier kann man sich die Bevölkerungsdichte anzeigen lassen. Die Linien, die Geschwindigkeiten hat sich noch ein bisschen verändert. Wir können ja mal zu einer von unseren Linien gehen. Dann sehen wir hier, wenn wir jetzt hier umschalten, dann würden wir jetzt hier so ein Geschwindigkeits-Overlay kriegen. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Geschwindigkeiten ändern an sich. Ihr seht, können wir noch nicht, aber wir können es zumindest jetzt hier ansehen. Extrem cool gemacht. Und wir können auch nur auf Gleise gehen. Das ist gerade für mich, der sich hier mehrfach die Regel auferlegt hat, bei einer Geschwindigkeit zu bleiben. Das hatten wir jetzt weniger hier, sondern zum Beispiel bei dieser Strecke hier. Das ist natürlich extrem wichtig, damit wir auf einen Blick sehen können, ob wir die Geschwindigkeit hier eingehalten haben. Und das sieht erstmal ganz gut aus hier in Berlin. Natürlich nicht mehr, aber an sich passt das. So, das wäre das erste Update. Und das zweite Update, das betrifft die Linien an sich. Wir gehen das mal durch. Hier vorne hatten wir uns gerade angeguckt. Hier gibt es keine großen Änderungen. Es gibt einen Tunnel und einen Viadukt. Dann bei den Linien an sich sieht es auch erstmal nicht so aus. Die Züge haben sich ein bisschen verändert. Das heißt, ihr seht jetzt die Linien und den Zug in der Linie. Und hier, wir gehen mal in die Pause, habt ihr auch noch beim Zug das alte Overlay. Wenn ihr das allerdings euch in den Linien anguckt, hat sich die Linie schon um einiges verändert. Und das finde ich extrem cool. Vor allen Dingen, weil ihr jetzt die Linie in der entsprechenden Farbe wunderschön und direkt seht. Das war vorher nicht ganz so. Wenn ihr zum Beispiel jetzt auf die Linie geht, dann seht ihr hier unten diesen Teil. Und wir machen mal spaßeshalber eine neue Linie und fügen jetzt mal Haltestellen hinzu. Sagen einfach mal, wir möchten hier starten und zum Beispiel hier ankommen. Dann wäre es das im Prinzip schon. Ich werde die Linie jetzt wieder löschen. Wir haben dann hier zum Beispiel den Timing Calculator. Das ist halt auch sehr praktisch. Da haben wir jetzt alle Zeiten, die ihr hier machen könnt mit drin. Hier wäre zum Beispiel die Idealgeschwindigkeit, minimale Intervallzeit, Stoppzeit und so weiter und so fort. Wir können Wegpunkte hinzufügen, wenn wir über einen bestimmten Streckenabschnitt fahren wollen und so weiter und so fort. Und der Kalkulator, den ihr hier in den Zügen seht, der ist jetzt hier verschwunden, weil es hier wirklich rein um die Strecke geht. Finde ich hier viel, viel besser und viel, viel einfacher gemacht. Wirklich ein ganz tolles Update. Dann gibt es hier auch den Zustand, den ihr euch angucken könnt. Natürlich auch Buchhaltung und wir löschen jetzt diese Route mal, weil die möchte ich eigentlich nicht behalten. So, wir gucken uns mal überhaupt mal an, was wir hier gemacht haben. Dem Spiel gibt es bereits Hamburg Berlin. Es gibt von Pösneck nach Nürnberg, beziehungsweise genauer gesagt ist es Saalfeld, eine ICE-Strecke. Dann gibt es die ICE-Strecke Zürich-Bern, die hier sehr, 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 sehr bergig ist und auch tatsächlich mit ganz, ganz, ganz wenigen Brücken und Tunneln auskommt. Das war uns hier wichtig. Und dann gibt es die erste ICE-Strecke im Ausland von tatsächlich Havanna nach Mantanas. Und wenn ihr in Nimi-Rails irgendwo auf der Welt eine schöne Zugstrecke sehen wollt, idealerweise sollte es nicht von Kairo nach Lagos sein. Das ist dann doch ein bisschen weit. Also ich denke da so an maximale Streckenlängen von Hamburg Berlin. Das ist in einer Folge machbar. Möglicherweise so wie Görlitz-Leipzig oder Leipzig-Dresden-Görlitz oder keine Ahnung, Magdeburg-Hannover. Und dann vielleicht nach Bottrop. Das wären dann zwei Folgen. Das könnte man machen. Dann schreibt es gerne immer in die Kommentare. Dann kann ich dazu noch ein paar Folgen aufnehmen. Ansonsten werde ich euch natürlich weiterhin über Updates dieses Spiels auf dem Laufenden halten. Mir gefällt es tatsächlich ganz gut. Und wir sehen auch, der Entwickler ist auch dran, die Kritik ernst zu nehmen und hier wirklich was dran zu machen. Die Linien hat er schon verbessert. Es gibt die Mods, die einfacher hinzugefügt werden können und so weiter und so fort. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Strategie Nerd. Ciao, ciao.